Hallo, mein Name ist Livius und heute spielen wir eine Runde Minecraft. Wir haben hier eine ganz normale Welt und fangen jetzt an uns eine Stadt zu bauen. Natürlich im Kreativmodus. Das erste was es sagen wird, naja was bauen wir denn als erstes? Darius, du bist dran, was bauen wir als erstes? Ich möchte das mit den Kollegen. Darius, was bauen wir als erstes? Ich hab nicht gefragt welchen Block, sondern was bauen wir als erstes? Ein Haus, irgendwas? Ein Haus. Okay, zuerst ein Haus. Welches Material nehmen wir denn mal? Ich überlege mal. Ich wollte es doch durchfüllen. Nein Darius, ich sage welches Material wir nehmen. Ach, wir nehmen ganz einfach mal. Na ja, was soll ich denn los nehmen? Ich nehme einfach mal Eichenholz. So, wir bauen uns mal ein ganz schickes Dorfhaus. Mit kleinen Dings hier. Ich baue erstmal die Oberhandlung hier. So. Das Haus ist natürlich auch zum Nachbauen. Falls ihr nicht mitkommt, einfach Klausel drüben. Ich baue das hier im Schnelldurchlauf. So. Ne, das war falsch. Nein. So. Dann bauen wir das wieder zurück. So. Einfach so lang. Dann auch hier verbinden. Oh Mann, schon wieder falsch gebaut. Falsch, falsch, falsch. Ah, manchmal stimmt das hier auch ein bisschen. Aha. So. Ab, ab. Ich hoffe ihr könnt das gut sehen. Also hier haben wir einmal. Warte, ich gehe mal kurz in die schwere Mode. Hier haben wir auch einmal den Umbriss. Ja. So. Jetzt werde ich eine Tür einbauen. So, Davi. Wo wollen wir denn eine Tür einbauen? Davi ist mein Berater. Ich schaue ich wo. Wo, wo, da hin? Dann so. Bei dem Ding? Nein. Da kommt leider, da kommt leider so ein großes Fenster hin. An dem. Dann schaue ich auch. Bisschen wieder nach da. Nicht da hin. Da. Da so? Ja. Da so. Okay. Dann bauen wir den weg. Dann nehmen wir mal, naja, ich nehme mal ein paar Birkenhäuser. Seht mal ganz schlecht aus. Ihr könnt jetzt natürlich mit jedem Material bauen, falls ihr noch nicht so gut im Häuser bauen seid. Nehmt einfach den Umriss und baut irgendwelche Materiale. Wenn ihr so ganz schlecht in meinem Kopf seid, baut euch einfach mit demselben Material uns einfach nach. So, ich brauche mal eben die zweite Umwandlung. Dann geht's los mit den Fenstern. Die Höhe des ersten Dings, äh, also der ersten Etage könnt ihr natürlich entscheiden. Wir machen die erste Linie mit drei Blöcke hoch. Also bei der vierten Reihe muss ich dann so binden. So, 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 wenn ihr damit fertig seid, macht ihr einmal bei dieser kleinen Dings, bei dieser kleinen Auswölbung des Hauses einmal das hier alles weg. Und setzt da Glasscheiben, Glasblöcke ein. Ihr könnt das entscheiden, Glasblöcke oder Glasscheiben. Wir nehmen Glasblöcke. Geht ein bisschen einfacher. Wer Minecraft Profi ist, kann natürlich auch Scheiben nehmen. So, 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 so. Mein Haus ist das, ne? Ne, das ist nicht dein Haus. Das ist unter aller aus. Das ist das erste Haus von meinem Dorf. So, hier kann ich dann irgendwas reinbauen. So, hier ist der kleine Salon. Ich würde sagen, da packen wir mal einen kleinen Tisch rein. So, da, 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 da. Ne, da ist es nicht. Wo war es denn da? Ha, ha, ha. Auch da. So, wir nehmen mal einen schwarzer Teppich. So, Tisch. Jetzt hole ich mir noch Schlitze. Als Stühle könnt ihr hier die da nehmen. So, und um. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr in das kleine Haus auch einen kleinen Heimgang zu einer Base haben wollt. Ganz eure Meinung. So, dann machen wir das erstmal. Ups, da. Walscher Block. War das witzig, Davi? Ja. Da sieht's denn, der Davi. Der ist mein kleiner Bruder. Der ist so um einiges lustiger als ich. Falls ich mich mal verplappere, verbessert es Davi manchmal. Ne Davi? Hab mich beim ersten Video ständig verplappert. Hast du das immer vergessen? Im ersten Video hab ich TNT-Kanonen gebaut. Die zweite TNT-Kanone sind in den Arsch gegangen, weil die intrudiert ist. Stimmt? Es hat zwar aus Obsidian gebaut. Warte mal. Nur mal kurz. Man sieht hier, das ist mein Skin. Könnt ihr euch immer merken, wenn ihr folgen. Von diesem Skin seht immer mein Skin. So. Wir können uns ja noch eine frische Rüstung anschieben. Wir nehmen mal eine Lederrüstung und färben die dann. Hupsala, ich hab mehr Betten gekriegt. Boah, siehst du das? Hat farbige Betten gekriegt, Davi. Guck mal. Ja. Das ist ja was ganz Neues. Früher hatte ich nur das rote Bett. Mal gucken, ob ich noch was Neues gekriegt hab. Nee, hier nicht. Nein. Oh. Das hab ich neu gekriegt. Mal gucken. Hier hab ich nichts Neues. Oh, nee. Hier auch nicht. Hab ich irgendwas Neues? Nein. Hab ich irgendwas Neues hier gekriegt? Nein. Das ist auch nichts Neues. So, dann machen wir einfach mal weiter. Ich hab schon die dritte Reihe so weit rum. Ja, das ist so. So, wie immer. Die nächste Reihe wieder. Hier mit Glasscheiben an dieser Ausdrückung. So. So, jetzt baust du nur noch einen Dach. So, jetzt muss ich noch eine Reihe hochbauen. Das verbinden wir dann miteinander. Diesmal kommt hier auch Holz drauf. Das ist erstmal das Grundfenster. Die anderen Fenster machen wir, wenn wir die erste Etage oben zugebaut haben. Wenn ihr diese vier Reihen habt, einfach von der vierten Reihe so nehmen und zubauen. Einfach, wenn ihr mit der vierten Reihe fertig seid. Ich bin es noch nicht. Okay. Vier Blöcke umranden. Das weiß ich noch ein bisschen lang. So. Ah. Lalalala. 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 So. 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 Das war. Dann machen wir gleich einmal das Dach. Jetzt machen wir erstmal Räume. Wir machen uns einen kleinen, ähm, also ich mach mir hier so einen kleinen, ähm, hier, wie heißt es? Ähm, Rüstungsstinderraum. Hol ich mir mal einen Rüstungsstinder. Ich glaub der war hier, oder? War hier der Rüstungsstinder? Ne. Oh, du hast ein orangenes Bett. Ja, das hab ich. Ist hier der Rüstungsstinder? Ich weiß es nicht. Ne, der Rüstungsstinder war hier, oder? Hä? Mein lieber Rüstungsstinder. Achso. Ist hier der Rüstungsstinder? Was ist das denn? Beobachter? Hab ich ja noch nie gesehen. Den Beobachter hab ich auch neu gekriegt. Dann, weißt du was? Ich finde den Rüstungsstinder nicht mehr. Wo ist der Rüstungsstinder hin? Hallo? Ich geh das jetzt echt mal durch. Hab vorhin den Rüstungsstinder gesehen, jetzt nicht mehr. Bin ich irgendwie blöd? Oder bin ich das nicht? Ach, hier. Bei Waffen ist der Rüstungsstinder. Ach, ich bin ja auch etwas blöd. Oder, Dami? Ja. So, ein für, ähm, hier, Lederrüstung. Ein für, äh, Kettenrüstung. Ein für, ähm, Steinrüstung. Diamantenrüstung. Goldrüstung? Hab ich eine Rüstung vergessen? Ne, glaub mir nicht. Ich hol mir mal die Rüstung. So. Ne, das war ja hier. Warum habt ihr das Ganze weggemacht? Okay. Ja, ich hab das Ganze weggemacht, damit ich das für meine Rüstung habe. So, da tun wir erstmal die mal ein. So. Der Helm. Die Brustplatte. Die Hose. Und die. Stiefel. Ja, so führt ihr dann die ganzen Rüstungen dahin. So. Uh, es wird dunkel. Ich hol mir Trank der Nachtsicht. Das hier. Uh, ich hab keinen Ton mehr. Warum nicht? Ich mach den Ton mal ein bisschen an. Na bitte. Hab ich wieder ein bisschen Ton. Und, so, falls ihr das noch feiner machen wollt. Einfach. Druck. Darf ich. Warte mal. Ah, 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 ah. Einfach, ähm. Darf ich. Möchtest du Steindruckplatte oder Holzdruckplatte? Ähm, was du gerade hast. Ah, die Steindruckplatte. Okay. Die Steindruckplatte, falls ihr das so machen wollt, setzt ihr aber hier hin, dann geht die Tür auf. Natürlich wollen wir das von außen auch. Jetzt gehen wir hier hin und geht das auch von außen. So. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und bis bald. Zum nächsten Mal. Tschüssi.